Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sprechen wir über das Thema Zertifikate Produkt Compliance und warum viele Produkte, die man in China einkaufen kann, gar nicht mehr hier in Deutschland oder allgemein auch in der EU verkauft werden dürfen und wie du am Ende des Tages sicher gehen kannst, dass Produkte, die du selbst aus der Region, das ist jetzt auch gar nicht nur auf China bezogen, sondern das gilt eigentlich für überall außerhalb der EU, wenn du Waren einkaufst, dass du auch wirklich diese Ware hier in Deutschland verkaufen darfst. Denn wenn es hier zu Problemen kommen sollte, könnte es sein, das muss nicht passieren, aber es könnte sein, dass die Geldstrafen drohen oder sogar Schlimmeres. Deswegen sieht das Video auf jeden Fall komplett an und ich erkläre dir einmal das gesamte Thema rund um den Kosmos, Zertifikate und Produkt Compliance. Erst einmal vorweg, alle Leute stellen sich immer so Zertifikate irgendwie so vor wie irgendwas, was man sich an die Wand hängt. Das ist jetzt mal hier einfach bilderbuchhaft eine Zertifizierung von unserem Consulting, also nicht von einem Produkt, sondern von unserer Dienstleistung. In dem Fall ist es das Zertifikat für die ISO 9001 Beratungs- und Coaching-Dienstleistungen und zwar die Prozesse, die wir bei uns im Unternehmen nutzen. Die wurden sozusagen vom TÜV Rheinland zertifiziert. So ein Zertifikat, darüber sprechen wir nicht, sondern wir sprechen über Zertifikate natürlich von solchen physischen Produkten, wie beispielsweise hier irgend so einem No-Name- oder Private-Label-Controller, den ich hier in der Hand halte. Und wie du bestimmt auch kennst, haben ganz viele Produkte immer irgendwelche Symbole. Wir machen hier gleich nochmal ein Bild und wenden das einfach mal ein, wie das hier bei diesem Controller aussieht. Da sieht man zum Beispiel einmal diesen, ja, ich sage mal den grünen Punkt dazu. Das ist nicht der grüne Punkt, sondern das ist einfach dieses Recycling-Symbol oder auch zum Beispiel das CE-Zeichen, was super bekannt ist oder aber auch beispielsweise diese durchgestrichene Mülltonne. All das sind Produktkennzeichnungen, die in den meisten Fällen auf irgendwelche Zertifikate zurückfallen. Aber bevor wir zu tief reingehen, lass mich erstmal kurz erklären, was hat es überhaupt auf sich mit diesen Zertifikaten oder auch diesem Oberbegriff Produkt-Compliance. Stell dir das einfach so vor. Logischerweise gibt es irgendwelche Gesetze und Vorschriften dafür, welche Produkte hier verkauft werden dürfen und nicht. Einfach um den Endverbraucher, den Konsumenten zu schützen. Beispielsweise, dass jetzt in so einem Controller nicht irgendwelche giftigen Chemikalien verwendet wurden, die beispielsweise bei der Berührung irgendwelche Hautkrankheiten, ähnliches auslösen können. Oder beispielsweise ist ja auch ein elektrisches Produkt, dass das Ding nicht, wenn man es an die Steckdose anschließt, irgendwie explodiert oder sonstiges. Das ist vollkommen klar. Deswegen gibt es in Deutschland und auch in der gesamten Europäischen Union mehrere Vorschriften, was Produkte einzuhalten haben, damit sie hier sozusagen, ja, compliant sind. Und in den meisten Fällen wird das nachgewiesen durch sogenannte Zertifikate. Wenn du jetzt beispielsweise in China nämlich Ware einkaufst, beispielsweise so einen Controller hier und die nach Deutschland importierst, dann bist du als Importeur, als sozusagen Inverkehrbringer der Ware in den Markt dafür verantwortlich, dass dieses Produkt compliant ist. Nicht der Hersteller, der jetzt in irgendeinem fernen Land sitzt. Ja, der ist dafür nicht verantwortlich, sondern du. Bedeutet also, du musst dich eigentlich auch um das Thema der Zertifikate und der Produktcompliance kümmern. Achtung, das Ganze ist viel weniger kompliziert und aufwendig, als du jetzt vielleicht denkst nach dieser Einleitung hier. Ich selbst habe damals, als ich mit FBA angefangen habe, wirklich mir monatelang den Kopf zerbrochen. Kein Scheiß. Damals für mein allererstes Produkt den Kaltraucherzeuger, was einfach nur aus Draht besteht. Das ist im Grunde genommen ein Produkt, mit dem man zu Hause Fleisch, Fisch und Käse räuchern kann. Und das hat wirklich einen einzigen Inhaltsstoff, das ist eigentlich so Draht, so ähnlich wie so Gartenzaun oder sowas. Und ich dachte, okay, um Gottes Willen, dass daraus das Hitze, das geht dann ins Essen irgendwie rein oder so. Und vielleicht sind da irgendwelche Giftstoffe drin. Und habe mir unglaublich lange, ja, wirklich auf der Informationssuche gewesen, welche Zertifikate braucht mein Produkt. Und das war eigentlich alles vollkommen unnötig. Ich hätte es mir viel leichter und schneller machen können. Aber erstmal zurück zu deiner Situation. Du kaufst jetzt ein Produkt aus China ein. Das heißt, du musst irgendwie mit dem Hersteller zusammen sicher gehen. Dass dein Produkt compliant ist und dafür die notwendigen Zertifikate organisieren. Mal ein Beispiel. Ein Zertifikat bzw. eine Zertifizierung oder Nachweis, den du erbringen musst für fast alle Produkte, ist der sogenannte REACH-Test. R-E-A-C-H. REACH ist eine Chemieverordnung und bedeutet, dass in deinem Produkt, zum Beispiel wenn es aus Plastikstoffen ist, keine Inhaltsstoffe drin sind, die umweltschädlich sind. Also es geht bei REACH vor allem um die Umwelt. Natürlich aber gleichermaßen in der Regel, wenn etwas für dich als Mensch schädlich ist, dann ist es erst recht schädlich für die Umwelt. Das bedeutet also, das ist die chemikalische Zusammensetzung deiner Produkte muss sozusagen getestet werden von einem Prüflabor. Und das kann dann dir nachweisen, hey, die Stoffe, die sozusagen in Europa verboten sind oder die nur bis zu einem gewissen Maß erlaubt sind, die erfüllt dein Produkt in der Art und Weise. Und deswegen ist es halt legitim, das Ganze auch hier in Europa zu verkaufen. Dazu gibt es einen coolen Podcast von mir, wie man genau jetzt herausfindet, welches Produkt welche Zertifikate benötigt. Das habe ich mit dem Raoul Ciavla aufgenommen, der von Kima ist. Kima ist ein fast weltweit akkreditiertes Prüflabor. Bedeutet also, die stellen solche Zertifikate aus und könnten zum Beispiel jetzt so einen Controller testen. Und bevor du jetzt denkst, das würde mich ja 10.000, 20.000, 30.000 Euro kosten, in den meisten Fällen kostet so ein Zertifikat wenige 100 Euro. Teilweise ist es sogar so, dass dein Hersteller diese Zertifikate, die benötigt sind, für ein Produkt bereits hat. Bedeutet also, du musst dich im Grunde genommen eigentlich um fast gar nichts mehr kümmern. Jetzt ist es so, dass du diese Zertifikate aber einfach nur haben musst. Das heißt, viele fragen mich dann mal, hey Niklas, wenn ich jetzt mich zertifizieren lassen habe, mein Produkt ist sozusagen safe, an wen gebe ich denn dann die ganzen Zertifikate? Und das ist eigentlich wirklich ganz einfach. Die musst du einfach nur haben. Weder der Zoll, noch höchstwahrscheinlich Amazon, noch höchstwahrscheinlich irgendein Kunde von dir oder irgendeine Behörde wird dich jemals danach fragen. Nur für den Fall, dass du gefragt wirst, solltest du die Sachen direkt parat haben, damit hier ja kein Ausschluss vom Markt stattfindet. Denn beispielsweise, wenn jetzt das Gewerbeaufsichtsamt kommen würde, was wie gesagt super unwahrscheinlich ist und dich fragt, entschuldigen Sie, Herr Spielmeier, wir haben gesehen, Sie verkaufen diese Produkte hier, haben Sie denn die notwendigen Zertifikate dafür, zeigen die die mal her? Und ich sage, nö, habe ich nicht, ich habe gar keine Zertifikate, juckt mich auch nicht. Dann wird dein Produkt höchstwahrscheinlich in Anführungsstrichen aus dem Verkehr gezogen und du darfst es nicht weiter verkaufen, sitzt also auf einem Haufen Ware. Im Worst Case musst du sogar dafür sorgen, dass es eine Rückholaktion gibt und oder musst eine Geldstrafe zahlen. Das passiert in den meisten Fällen aber tatsächlich nie. Jetzt aber zum eigentlichen Titel, denn es werden vermehrt Waren und Produkte auf Amazon speziell verboten, weil die Europäische Union schon vor einiger Zeit, das ist übrigens eine sehr smarte Geschichte, also auch mal ausnahmsweise sehr, sehr intelligente Entscheidungen aus der Politik, gesehen haben, dass sie selbst viel zu wenig Personal haben, um sicherzugehen, dass alle Produkte, die hier eingeführt werden, auch compliant sind. Nur mal als kleiner Hinweis, wir haben zusammen mit unseren Teilnehmern im Training über 3000 Produkte an den Markt gebracht und wir wurden noch nie, noch nicht ein einziges Mal eins von diesen Produkten oder eins unserer eigenen Produkte von einer Behörde gefragt, ob wir die Zertifikate haben oder hatten irgendeine Art der Prüfung. Das bedeutet auch in Anführungsstrichen natürlich, dass man daraus schließen könnte, okay, ich kann eigentlich auf die Zertifikate verzichten, denn ich werde so oder so nie irgendwie dafür geahndet werden. Das hat die EU gesehen, hey, das ist ein Problem, auch nicht nur bei Amazon-Händlern, sondern allgemein auch im Einzelhandel und Co. So kann das sehr oft passieren, dass man da Produkte kauft, die gar nicht compliant sind und deswegen haben sie die Verantwortung dafür übertragen an den Marktplatz. Amazon ist also jetzt dafür verantwortlich auch, dass die Waren, die auf dem Marktplatz verkauft werden, compliant sind. Deswegen hat Amazon beispielsweise für Elektrogeräte oder Geräte oder Produkte im Allgemeinen, von denen ein besonders großes Risiko ausgeht, eine Nachweispflicht eingeführt. Bedeutet also, dass du bei Amazon, wenn du jetzt anfangen möchtest, beispielsweise Elektroartikel gehören dazu, zu verkaufen, dass du dann nachweisen musst, dass diese Artikel die sogenannte CE-Norm erfüllen. CE sind diese beiden Buchstaben, die du sicherlich auch schon mal auf dem einen oder anderen Produkt gesehen hast. Und Elektroprodukte sind zum Beispiel eigentlich immer CE-pflichtig oder aber auch andere Produkte, von denen ein großes Risiko für den Endverbraucher ausgehen, beispielsweise Babyprodukte, also Produkte für Kleinstkinder, die natürlich wirklich auf gar keinen Fall irgendwelche schädlichen Inhaltestoffe enthalten sollten, weil es dann natürlich viel dramatischere Folgen haben kann, als wenn du jetzt als erwachsener Mensch mit irgendwas in Kontakt kommst, was vielleicht nicht ganz so ideal für dich ist. Oder aber auch sowas wie Nahrungsmittel beispielsweise, die natürlich auch eine extrem schädliche Auswirkung auf deinen Körper haben können, wenn da irgendwelche verbotenen Stoffe drin sind. Anders als jetzt zum Beispiel sowas wie ein Bilderrahmen, ein Tisch oder ein Sofa, von dem man davon ausgehen kann, dass es eigentlich gar keine Möglichkeit gibt, dass von dort aus wirklich ein Schaden auf dich übergeht und wenn dann überhaupt ein ganz minimaler. In der Regel ist es so, dass die Hersteller auch wissen, welche Produkte oder welche Stoffe compliant sind und welche nicht. Das bedeutet, wenn du mit einem Chinesen vor allem auch sprichst und nach Europa importierst, dann ist denen das in der Regel klar und werden automatisch auch nur Inhaltsstoffe verwenden beziehungsweise Inhaltsstoffe jetzt für Nahrungsmittel oder eben Bauelemente verwenden, je nachdem was für Produkte du verkaufst, die auch wirklich in Europa beziehungsweise Deutschland zugelassen sind. So und um das Ganze jetzt noch einmal abzuschließen und für dich eine konkrete Handlungsempfehlung rauszugeben, denn das ist das, was du ja brauchst, um letztendlich auch mit diesem Thema fertig zu werden. Also grundsätzlich braucht so gut wie jedes Produkt irgendeine Art von Zertifikaten, uncompliant zu sein. Der wichtigste und größte Teil der Produktcompliance sind nicht Zertifikate, sondern sind Kennzeichnungen von Produkten und Einhaltung von grundsätzlichen Produktvorschriften, wie beispielsweise, dass auf deiner Produktverpackung oder auf deinem Produkt selbst zum Beispiel eine Adresse deines Unternehmens angegeben sein muss. Das gehört auch zur Produktcompliance dazu, wenn du in Europa verkaufst. Der dritte und super entscheidende Punkt in dem Bereich ist, sich erstmal keinen super großen Kopf zu machen, wenn du jetzt nicht gerade ein Hochrisikoprodukt, wie beispielsweise hier so einen Controller, der natürlich voll mit Elektronik steckt, verkaufst, sondern beispielsweise sowas wie ein Laptop-Stand, einen Tisch, einen Sessel, zum Beispiel so eine Fernsehhalterung oder einen Stuhl oder du verkaufst beispielsweise hier so einen Mikrofonhalter oder einen Koffer oder einen Rucksack oder eine Tasche oder ein Hundebett oder sowas, dann sind das alles keine Risikoprodukte. Das heißt, du musst dir in der Regel erstmal so oder so sehr, sehr wenig Gedanken darüber machen, weil du so oder so wahrscheinlich auch niemals dazu überhaupt gefragt werden wirst beziehungsweise ob überhaupt irgendeine Gefahr von deinem Produkt ausgeht. Wenn du aber solche Risikoprodukte hast, dann auf jeden Fall rechtzeitig mit dem Hersteller abklären, welche Zertifikate notwendig sind. Wie gesagt, da gibt es einen Podcast, e-commerce.de Podcast, Kima, also Q-I-M-A oder einfach Zertifikate eingeben auf YouTube, dann findest du das. Da haben wir eine sehr coole Partnerschaft, die ist eigentlich exklusiv für unsere Kunden, aber ich glaube, wir haben in diesem Podcast damals einen Link geshared, auch für jeden, der das Ganze schaut. Da kann man sozusagen anfragen, welche Zertifikate genau für dein Produkt notwendig wären. Plus hätte halt die Möglichkeit, das auch, wenn man das dann möchte, direkt mit Kima auch zu testen. Ich packe euch ansonsten hier auch gerne nochmal den Link zu diesem Formular unter diesem Video auch nochmal rein. Das heißt, dort könnt ihr euer Produkt und eure Produktdaten dann ganz genau einmal ausfüllen und bekommt dann sozusagen ein Angebot von Kima dazu. Ansonsten kann man das natürlich auch mit anderen Prüflaboren machen, wie zum Beispiel dem TÜV oder SGS oder Eurofins. Es gibt verschiedene akkreditierte Prüflabore. Das Thema ist nur wichtiger, als viele denken, denn auch hier spielt wieder die Musik der Konkurrenz und der Marktwirtschaft. Denn natürlich kann es sein, das haben wir zum Beispiel in den letzten Jahren viel genutzt. Es gibt sehr viele chinesische oder es gab sehr viele chinesische Seller in den letzten Jahren, die diese Compliance komplett weggelassen haben, weil es ihnen mehr oder weniger egal war. Und dadurch das riesige Problem aufgetreten ist, dass ich immer dafür sorgen muss, dass meine Produkte compliant sind und manche Chinesen auch einfach viel billigere und minderwertigere Einhaltsstoffe verwendet haben und die Produkte deswegen günstiger anbieten konnten. Das haben wir natürlich früher oder später gesehen. Da gibt es auch Services für und diese Mitbewerber bei Amazon gemeldet, weil sie offensichtlich nicht compliant waren. Das, wie man das jetzt genau sieht, ist jetzt ein anderes Thema, das will ich jetzt hier an der Stelle nicht aufmachen, aber dadurch sozusagen auch teilweise einfach Konkurrenz vom Hals geschafft haben. Bedeutet also am Ende des Tages dieses ganze Compliance-Zentifikate-Thema. Ja, man muss sich damit beschäftigen und sollte das Ganze auch. Für manche Leute und manche Produkte ist das Ganze umfangreicher. Für andere ist es super, super simpel und in der Regel wirklich mit minimalem Zeitaufwand gelöst. Es ist auch nicht so, dass man das jetzt immer und immer wieder machen muss permanent, auch wenn das manche Leute euch immer erzählen. Ich würde euch dazu tatsächlich empfehlen, nicht zu viel Content von den Prüflaboren selbst anzuschauen, die euch empfehlen, bei jeder neuen Bestellung und so weiter und so fort oft neue Tests machen zu lassen. Einfach aus dem Grund, weil es einfach in der reellen Welt und in der Marktpraxis so nicht üblich ist und die das in der Regel nur erzählen, weil sie damit halt jedes Mal Geld verdienen. Okay, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das hat dir weitergeholfen beim Thema Zertifikate. Wenn du allgemein dein Business erfolgreich aufbauen möchtest, dann tu das gerne mit e-commerce.de. Check einfach mal unsere Seite ab. Wir können dir in jedem Bereich helfen, egal an welchem Punkt du gerade stehst, ob du ganz am Anfang bist, ob du schon ein erfolgreiches Business hast, ob du vielleicht schon 2, 3, 400.000 Euro Monatsumsatz machst. Deswegen www.e-commerce.de. Check das Ganze ab und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Liga Spielmeier und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.